Hallo bei Fintool. Heute wollen wir uns mit der Zinseszinsformel befassen. Dazu ein einfaches Beispiel. Wir haben 10'000 Pfund zur Verfügung und legen diese zu 10% an. Der Zinsertrag beträgt somit 1'000 Pfund und unser Kapital ist auf 11'000 Pfund angestiegen. Dieses wird wiederum zu 10% verzinst. Der Zinsertrag beträgt nun 1'100 Pfund, das Kapital hat sich auf 12'100 Pfund erhöht. Im dritten Jahr beträgt der Zinsertrag dann 1'210 Pfund, das Endkapital steigt auf 13'310 Pfund. Wenn wir nun die Entwicklung der Zinserträge betrachten, so erkennen wir, dass nicht nur das Kapital von 10'000 Pfund mit 10% verzinst wird, sondern eben auch die Zinserträge, plus 100 auf dem Zins des ersten Jahres, sowie 100 plus 110 auf den Zinsen des ersten und des zweiten Jahres. Entsprechend haben wir am Ende des dritten Jahres nicht nur 13'000 Pfund, also das Kapital von 10'000 plus 3 mal den Zins von 1'000, sondern 13'310 Pfund. Rechnen wir noch Jahr 4 aus. Der Zinsertrag beträgt dann 1'331 Pfund, also 1'000 Pfund aus der Verzinsung des Kapitals von 10'000, sowie den Zinseszinsen von insgesamt 3'31 Pfund der drei vorangegangenen Jahre. Am Ende des vierten Jahres resultiert somit ein Gesamtkapital von 14'641 Pfund, das sich aus dem Anfangskapital von 10'000 plus 4 mal 1'000 für dessen Verzinsung plus der Zinskomponente von 641 Pfund zusammensetzt. Dieser Betrag entspricht der Summe der einzelnen Zinseszinsen über die gesamte Zeitperiode hinweg. Dies ist der Grundgedanke der Zinseszinsberechnung. Übertragen wir nun die in der Grafik dargestellte Entwicklung des Kapitals über drei Jahre in eine Gleichung, so resultiert folgender Ausdruck. Hier das erste Jahr, hier das zweite Jahr und so weiter. Da 10% in Dezimalschreibweise 0,1 entspricht, lässt sich der Klammerausdruck jeweils auf 1,1 reduzieren. Da die Zwischenergebnisse für die Berechnung natürlich nicht nötig sind, vereinfacht sich die Gleichung zu 10'000 mal 3 mal 1,1 beziehungsweise 1,1 hoch 3 und wir erhalten das Gesamtkapital nach drei Jahren von 13'310 Pfund. Die Zinseszinsformel kann somit wie folgt geschrieben werden. Anfangskapital mal Zinskomponente Hochanzahljahre ergibt das Endkapital. Die praktische Anwendung der Zinseszinsformel ist einfach. Nehmen wir unser Beispiel und berechnen mit Hilfe des Rechners das Endkapital nach vier Jahren, das ja, wie wir schon gesehen haben, 14'641 Pfund beträgt. 10'000 mal 1,1 hoch 4 gleich 14'641. Das Endkapital ist bestimmt. Von grossem Interesse bei Anlageüberlegungen ist auch die Auflösung nach der Verzinsung oder der Zeitdauer. Damit werden wir uns aber in einem weiteren Video befassen.